Hallo und herzlich Willkommen auf KRONE.at. Mein heutiger Studiogast ist der Manuel Ortlechner, ehemaliger Austria-Kapitän, jetzt spüßt bei den Amateuren. Bist du ein bisschen ruhiger getreten, einen Schritt zurück gemacht. Warum eigentlich? Sportlich vielleicht, aber grundsätzlich in meinem Leben ist viel, viel turbulenter als nur bis Sommer. Warum? Ja, irgendwann einmal kommt du in ein fortgeschrittenes Alter. Du wirst das ja selber bestätigen können als Sportler, dass irgendwann einmal... Dankeschön! Nein, du weißt, das ist positiv. Irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo man sich natürlich auch Gedanken macht, dass man kürzer tritt auch. Bei mir ist es so mit Sommer dann irgendwo auch passiert. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, nur zwei Jahre bei der zweiten Mannschaft weiter zu spielen, als Führungsspieler, Vorbild sein. Und ich habe das sehr toll gefunden, dieses Angebot. Und ich kann auch um meine anderen Dinge, die ich gerade in meinem Kopf habe und die ich gerade so auslebe, kann ich dem nachgehen und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Andere Dinge, weil du es gerade ansprichst, du bist Papa geworden. Wie geht es mit diesem kleinen Julian? Ja, Inga, super. Die Eltern sind nicht immer so mit dem wenigen Schlaf, aber ich sage mal, die ersten Wochen waren echt hardcore. Da habe ich mich wirklich zum Training geschleppt und das war echt nicht lustig, aber ich denke, jeder, der Papa oder Mama ist, weiß ohnehin, wie das ist. Und man muss das wahrscheinlich auch selber mal miterleben, dass man das immer nachvollziehen kann. Aber es ist egal, es ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Müdigkeit hin oder her. Also du bist der braver Papa. Du stehst auf und hüftest richtig mit, Windeln wechseln, was dazugehört. Ich bin bei mir, wo ich nur kann, dass ich die Frau natürlich unterstütze und ich denke, das gehört auch irgendwo dazu. Das ist ja auch ein Thema Respekt, wenn du mich jetzt so fragst. Ich kann jetzt sagen, ja Schatz, du stehst auf und drehen davon und ich drehe mich um und schlafe weiter. Ich denke, das würde sich auch nicht wirklich positiv auf die Beziehung niederschlagen, deswegen ist es eigentlich ganz normal für mich. Beruflich, also jetzt nehmen Fußball, du studierst, glaube ich, oder? Ja, ich bin zum einen nur Spieler, auf der anderen Seite bin ich auch Trainer, weil ich ja die U14 als Co-Trainer betreue von der Austria, weil ich ja auch die Trainerausbildung mache. Dann bin ich Unternehmer, seit 1. September bin ich selbstständig gemacht und studiere auch noch nebenbei. Okay, in welchem Bereich selbstständig? Magst du das sagen, oder? Ja, das ist ja kein Geheimnis. Also wir haben auch bei der Austria eine neue Abteilung gegründet und für diese Abteilung, die wir da haben, war es vielleicht nicht notwendig, dass ich mich selbstständig mache, aber es war ein logischer Schritt. Und auch das Thema Fotografie, ich habe auch das Gewerbe des Berufsfotografen angemeldet und das sind halt so Dinge, wo man mal schaut, wo das hinführt. Das machst du ja relativ gut, da habe ich schon eine Ausstellung gesehen. Das liegt im Auge, das betrachtet es natürlich. Das ist okay, denke ich. Für so Frankreich-Motive in Paris war es, glaube ich, sogar. Ist das hingeschickt worden, wirst du in Frankreich vielleicht eh sein, bei der Euro, oder? Was ist da das Ziel? Ich habe vor ein paar Tagen den Gigi Ludwig bei uns im Stadion in den Generalerennen getroffen und habe ihn darauf angesprochen, weil wir haben ein Werbesporträt und habe gesagt, du Gigi, wie schaut es aus, ich brauche wahrscheinlich keine Nächste. Also ich würde schon ganz gerne, wenn der Terminplan auch erlaubt und auch mit dem Kleiner abgestimmt natürlich, würde man schon gerne das Spiel ansehen. Aber da muss man ja abwarten, gegen wen wir spielen. Also das ist eh die Auslosung. Da schauen wir morgen, genau. Dem Nächsten eben, deswegen. Was wäre denn so deine Wunschgruppe? Beziehungsweise vielleicht die Horrorgruppe, wo du sagst, bitte, bitte nicht, weil dann haben wir es wirklich schwer. Ja, es ist schwer zu sagen. Natürlich, jeder wünscht sich eine Gruppe mit attraktiven Gegnern. Wenn du die Spieler fragst, die wünschen sich eher eine Gruppe mit schlagbaren Gegnern. Eine Mischung wäre ganz gut, weil ich denke, dass die ersten beiden aufsteigen. Deswegen würde man, weiß ich nicht, eine Top-Mannschaft wirklich wünschen. Eine Mannschaft à la Frankreich wäre auch cool, die Heimmannschaft. Und ansonsten denke ich, können wir gegen jede Mannschaft ohnehin überraschen. Also ich bin so ein Fan von der Nationalmannschaft, dass eigentlich alles ist. Du hast ja selbst neun Länderspiele für Österreich bestritten. Jetzt haben wir ein paar Verletzte. Alaba, Junuzovic, Hane, glaube ich. Das ist aber nicht so schwer wie irgendjemand. Die werden zurückgekommen. Was traust du denen dazu? Ich meine, hängt viel von der Gruppe ab, ist mir klar. Aber prinzipiell, die Qualität, die die Mannschaft hat? Wenn man mich so sagt, würde ich fast eher in die Richtung gehen, das Sky ist der Limit. Weil ich traue denen echt sehr, sehr viel zu. Und da ist was entstanden in den letzten Jahren, wo ich sage, da brauchen wir überhaupt keinen Gegner in Europa in die Hosen machen. Wir können wirklich jeden fordern und auch jeden schlagen. Deswegen ist es egal. Und wenn jetzt alles passt, wenn die Vorbereitung passt, wenn alle fit sind, das ist ja auch so ein Thema, weil Robert Almer darf nicht vergessen, der ist jetzt gerade ein bisschen gröber angeschaut. Aber ich glaube, auch das sollte sich ausgehen. Wenn alle fit werden und auch eine gute Form besitzen, dann ist schon sehr, sehr viel möglich. Und ich glaube schon, oder ich traue mir fast wetten, dass wir die Gruppenphase überstehen. Das glaube ich auch. Austria Wien, auch derzeit, also Tabellenführer. Was ist da drin? Herbstmeister, Sancho, am Ende des Jahres haben sie auch die Schale in der Hand? Ja, jetzt geht es um den Winterkönig, der ist eben auf dem ersten Platz überwinter und da haben sie ja noch ein Spiel vor sich. Ich hoffe auch, dass sie das so bestreiten, dass sie drei Punkte mitnehmen, weil es ist schon immer fein, wenn du jetzt zwei Monate mehr Ruhe hast, eigentlich vom Meisterschaftsbetrieb und lachst von ganz oben herunter von der Tabelle. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was da gerade abläuft im Verein. Also es passiert gerade wirklich viel. Also man weiß ja auch, dass ein neues Stadion bei uns entstehen wird und das ist echt einiges in der Pipeline. Und die Krönung wäre natürlich, wenn wir dann im Sommer dann übersiedeln ins Happelstadion, dass man mit der Meisterschale da irgendwie dann zuerst noch feiert auf dem Rathausplatz und dass man dann, wie gesagt, die zwei Jahre dann im Happelstadion bestreitet und dann in die neue Generallehrein einzieht. Und der Thorsten Fink hat die Truppen wieder richtig gut gemacht, richtig zusammengeschweißt oder wie ist das? Ja, der ist ein richtiger Topmann. Also ich habe sehr, sehr viel Kontakt mit ihm gehabt. Ich werde auch die Mannschaft einen Tag lang als Fotograf begleitet und auch im Vorfeld lange mit ihm unterhalten. Also ich muss echt sagen, das ist wirklich ein Spitzentrainer und ich sage, Austria ist ein Spitzenglub und somit passt das ganz gut. Spitzentrainer bei einem Spitzenglub. Dann wünsche ich dir für die Austria alles Gute. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Uns morgen bei der Euro-Auslosung, dass wir einerseits attraktive Gegner haben, andererseits aber auch Schlagbahre und wir werden mal schauen, was am Ende dabei ausschaut. Dankeschön. Nichts zu danken.